Suche dir den allerschönsten Platz in deinem Zimmer, zum Beispiel auf deinem Bett, in deiner Hängematte oder kuschel dich in deine Lieblingsecke. Nimm dir dabei deine gemütliche Decke und lege dich nun auf deinen bequemen Platz. Schließe nun deine Augen und stell dir vor, du ruhst nun auf einer schönen, großen Wiese. Du atmest den Duft der Wiese ein und lässt dich von den Sonnenstrahlen wärmen. Nun fühlst du dich richtig wohl. Oh, was ist das für ein besonderer Duft? Gerade in diesem Moment erscheint dir eine wunderschöne Elfe. Und sie fragt dich, weißt du denn, wo du hier bist? Du bist hier im Elfenland. Hier gibt es vor allem Tulpen und Narzissen. Du kannst nun genau erkennen und sehen, wie die Elfen um die bunten Tulpen tanzen. Die Elfen verbeugen sich vor den Narzissen, denn sie leuchten so herrlich gelb wie die Tanzkleider der Elfen. Hier im Elfenland wird nicht nur getanzt, sondern auch geputzt und staubgewischt. Mit einem zarten Staubwedel werden die Tulpen so richtig zum Strahlen gebracht. Bei den Elfen ist alles ganz friedlich. Wenn du genau hinhörst, kannst du die Elfengesänge und Narzissenglöckchen hören. Das passt alles sehr schön zusammen und macht eine wunderbare Musik. Hör nur diese schönen Klänge. Nun kommt ein besonderer Ton. Die Narzissen läuten die Teestube der Elfen ein. Der Tisch wird in Windeseile gedeckt und es gibt einen leckeren Kräutertee. Eine kleine Tasse steht auch für dich bereit, denn du bist heute eingeladen. Nach dem Tee trinken mit den Elfen verabschiedest du dich von dieser verzauberten und bunten Wiese. Du winkst zum Abschied allen Elfen, den bunten Tulpen und den Narzissen zu. Alle freuen sich auf ein Wiedersehen mit dir. Bis bald. Langsam öffnest du deine Augen, rekelst und streckst dich und nimmst ein paar tiefe Atemzüge. Nun bist du wieder in deinem Zimmer angekommen. Ich sage dir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage dir Tschüss, bis zum nächsten Mal.